Während unserer gemeinsamen Tournee im letzten Jahr habe ich auch Gelegenheit gehabt, ihn persönlich kennenzulernen und er ist für mich eine Mischung, eine ideale Mischung aus Herz und Intelligenz. Wir waren Freund, wir haben Witz zusammen gemacht, wir haben gelacht und es war auch deutlich, dass wir auf dieselben Wellen waren. Das genügt, es genügt ein Blick, um das zu verstehen. Und ein träumender Stern, der in deinen Augen liegt, leis vom Walzer des Sommers gewieh.